Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Zuerst der Tetherbird und dann mach ich eine coole Pose. Das kann ich im Schlaf. Das wird cool aussehen in der Kamera. Also, der Tetherbird ist bereit. Und Action! Äh, nein, warte! Was war denn los? Du bist zu früh gesprungen. Okay, Take 2. Und Action! Nein, Halt! Schnitt! Wieder zu früh. Take 12. Schneller und intensiver. Take 27. Ich bitte dich, ist das denn so schwer? Es geht doch nur darum, Spaß im Camp zu haben. Das macht aber keinen Spaß. Okay, Leute, wir machen Pause. Ich sichte mal das Material.